Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute mit einer Ausgabe von Gib mir 5 und zwar 5 Uhren mit einem wirklich ausgefallenen Design. Seien Sie gespannt nach diesem ausgefallenen Intro. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute die High Five Ihres Vertrauens. Der Designer, der Ihnen heute mal ein bisschen näher bringt, wie Uhren auch komplett anders aussehen können. 5 Uhren, die mir über die Füße gelaufen sind, genau wegen Ihres ausgefallenen Designs und die ein oder andere wirklich nur, weil ich gedacht habe, kann ich aber geile Fotos von machen und ihr macht sich in meinem Shop bestimmt richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, ob da einer unter Ihnen ist, der nachher unten in den Videotext reinschreibt, ja, die habe ich alle gekannt, die habe ich alle schon mal in den Fingern gehabt. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass die allermeisten von Ihnen mindestens ein, zwei oder drei Uhren noch nie gesehen haben, geschweige denn in freier Wildbahn, denn die kommen relativ selten vor, außer Sie gucken mal ab und zu in meinen Shop, derzeitvertreiber.de und da sind solche Schnuckelchen auch mal drin. Wir fangen an mit einer Komplikation, wie der Fachmann sagt, mit einer Komplikation und zwar einer Mondphase. Jo, werden Sie sagen, Mondphase, bau, hängt der Strom aber mal ganz oben an. Wirklich, das ist ja ein ausgefallenes Design. Warten Sie ab, wenn Sie diese Mondphase sehen. Diese Mondphase stammt aus dem Hause Schaumburg-Watch und kommt aus Rintel. Wenn Ihnen das so ein bisschen vorkommt wie ein Hundefutter. Nein, Rintel ist ein kleiner Ort zwischen Hannover und Bielefeld. Also, er würde dort liegen, wenn es denn Bielefeld gäbe. Aber Sie können sich ungefähr vorstellen, in welcher Kante das liegt. Schaumburg-Watches gibt es seit 1998 und Sie sind wirklich dafür bekannt, dass Sie richtig, richtig geile Uhren machen. Ausgefallene Uhren, konsequente Uhren mit allem drum und dran. Und diese Mondphase ist wirklich eine davon. Die Uhr hat eine Größe von 43 Millimeter und alleine 13,4 Millimeter davon, sind Mondphase. Sie sehen also, Sie sehen die Mondphase im Sinne von Schatten der Erde. Und das wirklich Sensationelle dabei ist, dass es diese Mondphase links und rechts drehen gibt. Warum? Nicht wegen der Vitamine aus dem Joghurt, sondern weil es halt eine Nord- und eine Südhalbkugel gibt. Ah, und die Gestirneforscher unter uns, die wissen ja ganz genau, näher läuft irgendwas umgekehrt. Also, es gibt es für die Nordhalbkugel, die Südhalbkugel und vor allen Dingen gibt es etwas wie diese Ausgabe mit Meteoritenblatt. Hier sehen Sie es ein bisschen näher. Das ist also wirklich ein originales Meteoritenblatt und Sie sehen dort auch den kleinen Stern, der das Datum angibt. Da sehen wir es nochmal ein bisschen größer. Also, diese gewählte Linie ist der Datumszeiger. Und das Tolle bei dieser Uhr, wie gesagt, ist vor allen Dingen, dass der Mond das tut, was er im normalen Leben auch tut. Allerdings nur indirekt, wenn er angestrahlt wird. Er leuchtet, denn dann sieht das so aus. Da haben wir wirklich schön Superluminova und Sie sehen sogar die einzelnen Krater. Also wirklich nicht nur einfach eine runde Scheibe, die da hingetackert ist, sondern Sie sehen hier auch die Strukturen des Mondes, die Sie so teilweise auch mit bloßem Auge erkennen können. Daher aus dem Hause Schaumburg watches die Moon mit Meteoritenblatt. Heute meine erste Vorstellung zum Thema, ui, mal wirklich außergewöhnliches Design. Wenn Sie das Ding in den Händen haben, es ist wirklich absolut ein Genuss. Und nicht nur für alle, die jetzt unbedingt Mondphasen brauchen, sondern alle, die einfach mal Spaß an der ausgefallenen Uhr haben. Das ist schon richtig, richtig gut. 43 Millimeter trägt sich hervorragend, hat auch wirklich eine ordentliche Größe für jedes Handgelenk. Deswegen dieses Ding nur zu empfehlen. Eine andere sehr ausgefallene Uhr. Und die habe ich mal wirklich gekauft. Ich habe sie irgendwo im Netz gesehen. Da habe ich gesagt, die muss ich haben, weil das ist ganz, ganz was anderes. Die stammt aus dem Haus Pirellet. Es war die erste Pirellet, die ich mir jemals gekauft habe. Nicht die letzte. Das werden Sie gleich auch nochmal sehen. Also es sind ein paar gefolgt. Und zwar ist das diese wunderschöne Uhr, bei der Sie im ersten Moment auch denken, what is the time? Wie spät es ist? Wie kann ich das ablesen? Das ist eine Pirellet Retrograd, also mit Retrograd im Anzeiger. Und Sie sehen es hier, der rote Zeiger, der jetzt da zwischen fünf und sechs steht. Das ist der Sekundenzeiger. Wir haben also eine Retrograder, nicht aus der Mitte heraus, sage ich mal so, Anzeige einer der Stunde bis zu zwölf. Sie geht also von links von der eins bis rechts ungefähr auf drei Uhr zur zwölf. Und dann springt sie nochmal zurück auf die eins. Wir haben also eine zwölf Stunden Anzeige. Die kleine Anzeige unten bei der sechs ist die Minutenanzeige. Und der Zeiger, den wir da haben aus der Mitte, das ist das Datum, das Sie halt auch noch dabei haben. Wir haben einen Sekundenstopp. Das ist eine Uhr von Pirellet. Und zwar Abraham Louis Pirellet ist der Erfinder der Automatikuhr. Falls Sie es noch nicht wussten, unter anderem hat er 1777 die Automatikuhr erfunden. Und seitdem noch viele, viele ganz, ganz tolle Sachen. Ich glaube sogar den Schrittzähler und sensationelle Teile. Die Firma sitzt in Biel in der Schweiz. Diese Uhr hat 42 Millimeter und ist 14,7 Millimeter hoch. Das sehen Sie auch. Ich blende Ihnen jetzt mal das ein, was für jede Pirellet gleich ist. Und zwar diese Seitenlamellen, so nenne ich es mal einfach. Wunderschön verarbeitet. Wirklich ein tolles Gehäuse. Wie bei allen Pirellet. Das macht richtig was daher. Das ist massiv. Es ist auch von der Seite wirklich ein Bild von Gehäuse. Die tolle Krone mit dem Firmenlogo, das Sie hier sehen. Das ist also wirklich schon eine richtig, richtig tolle Geschichte. Das Kaliber ist ein Pirellet P221. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, ob es ein Manufakturkaliber ist oder ob es auf irgendwas anderem basiert sei. Dahingestellt, das sind die Informationen, die ich letztendlich habe. Also Abraham Louis Pirellet. Echt ein geiler Uhrmacher, ein geiler Erfinder. Sie sitzen in der Schweiz und bauen bis heute Uhren, die mir richtig, richtig gut gefallen. Was Sie vielleicht schon mal gesehen haben von Pirellet ist die Pirellet Turbine oder Turbine oder Turbain oder Turbe oder wie Sie auch immer nennen wollen. Und das, was ich sehr, sehr mag und mir dann auch mal gekauft hat, ist das hier ein Pirellet Double Rotor, also ein doppelter Rotor. Diese Uhr hat auf der Rückseite einen Rotor, also durch den Glasboden sehen Sie sehr deutlich den Rotor des Automatikwerks. Und das Goldene hier in der Mitte auf der Vorderseite ist auch ein Rotor. Die beiden sind miteinander synchronisiert und haben damit eine extrem effektive Ausnutzung der Energie, der Bewegungsenergie, die dann aufs Werk wirkt als Selbstaufzieher, als Automatik. Und das ist eine tolle Geschichte. Wenn Ihnen mal eine Pirellet über die Füße läuft, irgendwo, wenn Sie mal eine sehen, gehen Sie mal rein, fassen Sie mal an. Ich finde auch von der Haptik, gerade hier durch diese seitlichen Lamellen, finde ich schon ein ganz, ganz tolles Ding. Eine Uhr, die wirklich nicht von jedem am Handgelenk erkannt wird, die auch noch im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top sind. Und so eine Double-Rotor, die kriegen Sie, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob Sie im Moment in dieser Form noch zu haben sind. Aber ab zweieinhalb bis dreitausend Euro geht das los. Die Uhren für das, was Sie an ausgefallenem Design haben, wirklich eine wunderschöne, tolle Geschichte. Kommen wir zu einem anderen, wirklich sensationellen Uhrmacher und einem sehr, sehr Bekannten. Das ist Armand Nicolet. Armand Nicolet gibt es seit 1875 in der Schweiz. Ein Uhrmacher, der hier, ich nenne es jetzt mal, die springende Stunde erfunden hat. Das ist die Armand Nicolet HS2. Eine Uhr, eine Scheibenuhr, die die Uhrzeit sehr anders anzeigt. Und das Tolle dabei ist vor allen Dingen auch ansonsten Scheibenuhren. Ich werde Ihnen gleich noch eine zeigen. Da bin ich sehr häufig danach gefragt worden, nach der, die ich in letzter Zeit immer am Handgelenk hatte. Aber ansonsten Scheibenuhr, das war früher in den 70er, 80er Jahren noch was, ja, was sehr Einfaches. Da war der Gag an der Sache, war die Scheibe. Ansonsten waren sie nicht besonders hochwertig verarbeitet, weil es ging da um die Ablesbarkeit. Aber hier bei dieser Uhr sehen Sie es jetzt schon. Die Uhr hat 42 Millimeter, ist also durchaus in einer wirklich erwachsenen Größe. Wenn Sie sich hier das Zifferblatt mal angucken, auch dieses Zifferblatt ist natürlich wunderbar geoschiert. Hier sehen Sie oben die Stunde. Sieben Uhr, was haben wir jetzt hier? Sieben Uhr 52 und 30 Sekunden. Sie sehen darunter die Minute, die Scheibe, die sich dreht. Dann die Heure Centente, es ist die springende Stunde und dann unten drunter die Sekunden bei 30 Sekunden. Das macht also wirklich wunderbar, was daher auch zum Angucken. Ja, es ist nicht besonders leicht ablesbar, aber es ist in allererster Linie ein Schmuckstück. Und wenn Sie sich das hier angucken, dann sehen Sie auch, dass diese Uhr, und das ist sogar das Band, und was zur Uhr gehörte, habe ich noch nicht einmal mehr dazu gemacht, dann sehen Sie, dass Sie hier auch eine Uhr am Handgelenk haben, die richtig, richtig ausgefallen ist, die ein wirkliches Schmuckstück ist, die bei fast jedem Anlass getragen werden kann. Ist natürlich kein sportliches Ding, aber es ist ein Highlight und macht was daher. Ich mag es sehr von Armand Nicolet, die HS2. So, so, apropos ausgefallenes Design. Weg von einem Uhrenhersteller hin zu einem Klamottenhersteller. Und zwar zum Werbepartner, zu meinem Werbepartner der heutigen Sendung. Jemand, der ganz, ganz hervorragende Klamotten herstellt. Und zwar ist das, Sie wissen es, Mai und etlich. Ein Mensch, der, ja, ich sag mal so, alleine durch die Klamotte, wir reden jetzt hier von Hemd und Weste, der alleine durch dieses Outfit, ja, eigentlich zehn Jahre jünger wirkt, also 37, das müssen Sie sich mal vorstellen. Also, ich will es Ihnen jetzt nicht zeigen, wenn ich die Klamotte ausziehe, wie alt ich dann aussehe. Aber, Mai und etlich, alle, die mich ein bisschen länger kennen, von Anfang an, seit dem ersten Video, ich habe schon immer diese Westen getragen, ist der Herrenausstatter meines Vertrauens. Übrigens auch seit fast 150 Jahren der älteste noch aktive Versandhandel. Das ist jetzt also nicht irgendein Schicki und Micky, sondern das ist Mai und etlich. Männerklamotten, ja, die ich schrecklich gerne anziehe, die nicht altmodisch sind, sondern die ein bisschen was daher machen, die sogar bei mir bei 284 Kilo, einfach indem ich die Weste anziehe, hat man eine super Figur, sieht man richtig, richtig gut aus. Und ich mag die einfach. Unten habe ich den Link. Gehen Sie mal auf die Seite. Auf dieser Seite gibt es weder Rabatte, noch gibt es Gewinnspiele, noch gibt es da irgendeinen Pferlefanz. Es gibt einfach nur geile Klamotten, die ich selber seit Jahren trage. Von der Buchse bis zum Hemd und vor allen Dingen meine geliebten Westen. Und ich sage ja immer, es ist eine Investition in wirklich gutes Aussehen. Mai und etlich. Ganz herzlichen Dank für die Kooperation, für das Sponsoring der heutigen Sendung. Denn wenn wir über guten Geschmack, ausgefallenen Geschmack reden, dann reden wir natürlich nicht nur über Uhren, sondern auch über mich und Klamotten. Jetzt aber zurück zum Thema. Wir kommen, wenn wir schon bei Herrn Strom sind, bleiben wir auch bei Herrn Strom. Und zwar kommen wir jetzt allerdings zu Daniel Strom. Der Mann, der sich ein ganz klein bisschen von mir abgrenzen möchte und deswegen das Haar aus seinem Namen gestrichen hat, Daniel Strom. Einer, meiner Meinung nach, einer der absolut ausgefallensten Uhrmacher, die im Moment die Schweiz besitzt. Auch einer mit dem größten Wiedererkennungswert. Ich meine, wenn man sowas macht, und das ist die Argonium Archangeli, also der Erzengel. Wenn man sowas macht, dann hat man wirklich einen absoluten Wiedererkennungswert. Daniel Strom ist der Sohn von Armin Strom. Armin Strom als Marke wird dem einen oder anderen von Ihnen bekannt sein in der Haute-Horlogerie. Ein sehr, sehr bekannter Schweizer Uhrmacher und Skeleteur, der in der Zwischenzeit, glaube ich, aus einem aktiven Geschäft ausgestiegen ist. Aber die Marke Armin Strom gibt es immer noch. Tolle Uhren, wirklich sehr, sehr schön. Gucken Sie auch da mal rein. Daniel Strom ist jetzt einen ganz anderen Weg gegangen. Ich glaube, er hat irgendwann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, stieg dann bei Omega ein, als Einkäufer. Nachher war er Brandmanager für den gesamten deutschsprachigen Raum. Also da richtig Karriere gemacht. Und 2001 ist er dann auch in Biel geblieben, allerdings mit seiner eigenen Marke, mit Stromwatches. Und seitdem baut er solch wirklich ausgefallene Dinge. Seitdem hat er auch sehr ausgefallene Markenbotschafter, jetzt nicht unbedingt mich, aber zum Beispiel Richard Rawlings von den Gas Monkeys. Vielleicht kennen Sie den aus dem D-Max, aus dem Fernsehen, der mit dem Bart, der immer lustige Autos zusammenschraubt. Ein anderer, der auch sehr lustig aussieht. Naja, es mag verziehen sein. Auch Thomas Gottschalk trägt diese Uhr. Müssen Sie sich nicht dran stören. Ist kein Problem. Ich liebe sie trotzdem. Eine wunderschöne Uhr, die alleine deswegen so interessant ist. Und gucken Sie sich einfach mal das Zifferblatt an. Und zwar ist das Perlmutt. Perlmutt bei einer Männeruhr, da denkt man im ersten Moment, what kann das überhaupt sein? Muss das sein? Sieht das nicht ein bisschen komisch aus? Nein, es ist bei einer solchen Uhr wirklich die absolute Sensation. Die Uhr hat eine Größe von 43 Millimeter. Und das Tolle daran ist, wenn Sie sich das Ganze angucken, das Gehäuse besteht aus Silber. Hier sehen Sie gerade eine Flanke mit der Aufzugskrone aus Silber und Rotgold. Da sehen Sie auch den Erzengel. Links und rechts der Krone sind dort in Rotgold gearbeitete Erzengel. Und zwar wirklich in massiv. Das Gehäuse selber ist in massivem Silber und hat dann wiederum ein Innengehäuse aus Edelstahl. Und dort ist das Werk drin, ein Automatikwerk. Ich gehe nicht davon aus, dass es Manufaktur ist, denn auf der ganzen Seite von Daniel Strom erfährt man nie irgendetwas über das Werk. Aber er kommt von Omega. Er kommt aus der Swatch Group. Also kann es daher gut sein, dass ein Werk dort drin tickt, ein Qualitätswerk, das irgendwo auch aus diesem Hause kommt und man da gute Beziehungen hat. Aber keine Socke kauft wirklich diese Uhr wegen des Werkes, sondern einfach nur, weil sie schweinegeil aussieht. Von der Größe her, von der Massivität, sie trägt sich eigentlich wirklich gut, denn das Gehäuse ist gebogen. Es schmiegt sich dem Handgelenk an. Das ist wirklich so ein bisschen Harley und Biker-Style. So verkauft sich auch Daniel Strom. In der Zwischenzeit arbeitet die ganze Familie im Laden drin. Und er ist ein wirklich uriger, umgänglicher, toller Typ, den ich bewundere, der wirklich sowas absolut durchzieht. Und ich mag das. Ich feiere Menschen dafür. Natürlich hat das Ganze auch ein bisschen seinen Preis. Das sind die, lassen Sie mich nachgucken, 17.000, ich glaube für dieses Modell, 17.500 Schweizer Franken, die man dafür auf den Tisch legen muss. Naja, es ist jetzt auch nicht so unbedingt der Brecher, wo ich sage, da habe ich jetzt aber einen riesen Wert erhalt und die Dinger steigen immer in die Höhe. In der Zwischenzeit ist die Marke sehr bekannt. Aber so eine Uhr kauft man sich einmal im Leben. Und ich habe es nachher mehr als einmal wirklich bereut, dass ich dieses Schätzchen nochmal bei mir im Shop verhökert habe, losgeworden bin. Die nächste behalte ich dann vielleicht selbst für mich. Allerdings auf dem Gebrauchtmarkt, Gebrauchtuhrenmarkt sind sie eigentlich kaum zu haben. Denn wer sowas hat, der behält es auch mal sehr gerne für sich. Daniel Strom mit dem Erzengel in Silber und in Roségold. Jetzt kommen wir genau zu dem absoluten Gegenteil. Von Daniel Strom kommen wir zu Alain Silberstein. Und zwar von opulentem Gold- und Silberdesign hin zu Bauhausdesign. Alain Silberstein, seines Zeichens eigentlich ausgebildeter Innenarchitekt und Designer, ließ sich bei seinen Uhren, wie man sehr, sehr unschwer erkennen kann, auch die, es gibt kaum eine Uhrenmarke, die eine größere Wiedererkennung hat als die Uhren von Alain Silberstein. Seit 1990 ließe sich einfach vom Bauhaus inspirieren. Das heißt, die Grundformen und die Grundfarben des Bauhauses, Quadrat, Dreieck und Kreis. Dann haben wir natürlich die drei Grundfarben, die überall und immer wieder vertreten sind. Sie sehen es dann auch hier im Werk auch drin. Also wenn irgendwas farblich, dann wirklich auch nur mit den Grundfarben. Und Alain Silberstein baut seit 1990, 1990 fing er an mit seiner Frau Sylvie in Besançon, Uhren zu bauen. Und zwar eigentlich für den relativ kurzen Zeitraum, in dem diese Firma bestand. 2012 musste man aufgeben, also nach 22 Jahren, weil sich keine Investoren mehr fanden. Das war eine sehr schwierige Zeit, auch gerade für die Uhrenindustrie. Und die Dinger sind halt so eigenständig und so ausgefallen, dass da nicht so schrecklich viele Leute dran geklappt haben und eher gesagt haben, na, ist nichts für uns, steigen wir nicht ein. Und vielleicht war auch Herr Silberstein ein etwas sehr eigener Mensch, wer solche Dinger baut. Denn wenn man auch sieht, wir gucken uns jetzt mal hier die Höhe der Uhr an. Die hat 40 Millimeter, aber ist 15 Millimeter hoch. Grono B heißt dieses Modell in Titan. Hier sehen Sie auch nochmal erstens zwei von drei Grundfarben, gelb und rot. Und Sie sehen hier auch bei dieser Version in schwarz die drei Grundformen, Quadrat, Dreieck und Kreis. Bei vielen anderen wird es noch wesentlich bunter. Da sind die drei Inlays für diese drei Formen auch nochmal in den drei Grundfarben. Da wurde und da wird es natürlich sehr, sehr bunt. Das ist wirklich nicht jedermanns Geschmack. Und die Dinger haben sich auch nicht brechend gut verkauft. Drinnen schlägt ein Le Mania 5100. In der Zwischenzeit sind gut erhaltene Alain Silbersteine im gesamten Set. Also auch das Set ist komplett bauhausmäßig aufgebaut. In den Grundfarben bis hin zum Schnürchen und bis hin zu den kleinen Beilegern und Erklärungen. Also das ist wirklich schon vom Designer und Architekten komplett durchgedacht. In der Zwischenzeit sind diese Uhren ja wieder eine ordentliche Wertanlage, wenn sie in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Zwischen 4.000 und 7.000 Euro muss man für einen Krono ausgeben, weil sie es einfach auch wert sind. Das ist so, es gibt einfach die Sammler dafür. Es gibt auch sehr viel Quatsch, muss ich auch dazu sagen. Es gibt sehr einfache Dreizeigeruhren für 500.000, 800.000 Euro. Dann ist man nachher ein bisschen in die Masse gegangen, hat auch, glaube ich, versucht, mal so ein bisschen mit Quarz rumzubasteln, damit es sich einfach gut verkauft. Brot- und Butteruhren, das alles. Nix, das sieht dann wirklich aus wie Flickflack und Kindergartenuhr. Aber diese Modelle, ausgefallene Modelle, auch teilweise PVD- oder DLC-geschwärzte Modelle mit tollem Gehäuse, also das ist schon was richtig Schönes. Falls Ihnen sowas gefällt, einfach mal ein ganz klein bisschen googeln. Zwischen 4.000 und 7.000 Euro müssen Sie für so eine Uhr ausgeben. Und es gibt sogar Modelle, die werden über 30.000 gehandelt, weil in dem einen oder anderen dann sogar auch ein Tourbillon verbaut wurde. Natürlich hat er das alles nicht selbst gemacht, sondern hat das auch einschalen lassen von Profis. Aber das Design kam immer von ihm. So, das waren die 5 Uhren. Jetzt kommt noch eine 6. dazu. Und zwar eine 6., die eigentlich in diesem Kästelein daherkommt. Da sehen Sie es. Viele von Ihnen haben mich gefragt, Mensch Herr Strom, was tragen Sie denn da in letzter Zeit für eine Uhr am Handgelenk? Ich möchte Sie hier zeigen. Das ist eine Scheibenuhr, und zwar von Dugena. Das ist eine Dugena-Scheibenuhr, und die kommt aus dem Jahr 1981. Ich halte Sie mal ein bisschen näher an. Dort sehen Sie dann auch, wie die Sekunde, also es ist 3 Uhr, 9 Minuten und gleich 20 Sekunden, wie sich die Sekundenscheibe bewegt. Eine wunderschöne Uhr, die aus dem Anfang der 80er ist. Ich weiß es daher, weil es dazu noch die Garantie-Urkunde gibt. Und was ich sehr, sehr lieb finde, Sie sehen hier der 3.5.81. Das Werk ist einmal Automatik und einmal Quarz-Analog. Also dann sieht man nochmal dran, dass derjenige, der das ausgefüllt hat, nicht so schrecklich viel Ahnung hatte. Er meinte hier wahrscheinlich die Analog-Anzeige, aber es ist eine Automatik. So was kostet Sie in einem entsprechenden Zustand, wie diese hier ist. Sie sehen es eigentlich noch für das Alter über 40 Jahre, 42, 43 Jahre, ist die Uhr noch in einem Tip-Top-Zustand. Ich habe ja jetzt auch deswegen, weil ich sowas liebe, Sie wissen, ich bin Vintage-Fan, weil ich sowas sehr mag, habe ich ihr jetzt mal eine Revision angedeihen lassen bei einem Vintage-Spezialisten, bei einer Vintage-Spezialistin. Okay, und jetzt wissen Sie auch, welche Uhr ich in den letzten Videos getragen habe. Also das ist die Uhr, die, Sie merken so ein bisschen auf dem Vintage-Trip nochmal, die Constellation, die blaue quadratische von Omega und jetzt diese Scheibenuhr, die ich jetzt hier auch nochmal habe, mag ich sehr ablesen, ist echt beschissen auf den ersten Blick, wurscht egal, aber es ist ein wunderschönes Schmuckstück. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele dieser fünf Uhren oder vielleicht sogar auch dieser sechs Uhren Sie eigentlich schon gekannt haben. Schreiben Sie es mir unten rein, geben Sie ein bisschen an vor allen anderen und sagen, ja, hatte ich auch. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen meine kleine Auswahl von den fünf sehr ausgefallenen Uhren einigermaßen gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben zu dem einen oder anderen, keine dieser Uhren ist mehr bei mir im Shop und die hier, die wird im Moment nicht verkauft, also diese Frage bitte weglassen. Dann schreiben Sie mir was, einen Kommentar, lassen Sie mir ein Like da, lassen Sie mir einen Daumen hoch da, lassen Sie mir einen Kommentar da und wenn Sie es noch nicht haben, abonnieren Sie bitte den Kanal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich bin im Moment gerade in der Planung, einen relativ spontanen Kurzurlaub zu machen und dann kann es sein, denn ich habe schon seit Wochen und Monaten keinen Urlaub mehr gemacht, nicht weil ich es nicht will, sondern eigentlich, weil ich immer für Sie da sein möchte. Vielleicht bin ich nicht da. Sie werden es sehen, dann spätestens nochmal übernächste Woche mit einem durchaus spannenden Thema. Bleiben Sie gesund, werden Sie es, wenn Sie es im Moment nicht sind und immer dran denken, bessere Zeiten fangen nie mit einem beschissenen Design an. Bis dann, herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom. regard Strom. Wir sehen uns beim nächsten Mal.